Es ist, als wäre das Universum vor meinen Augen zusammengebrochen. Und wieder bin ich allein. Bis auf die Geister auf meinem Pfad. Ihr habt euer Schicksal, ihr seht die Welt. Willst mich nicht mit einem bösen Wischemutzen. Der Tod steht dir besser an als das Leben. Ihr weißt, was es heißt, mich zu provozieren, Dämon. Das Chaos herrscht. Unsere Lage ist unsicher. Wir könnten das Ende der Realität selbst erreicht haben. Wir könnten wohl den Schluss ziehen, dass unser unfehlbarer Plan nicht nach Plan verlaufen ist. Wie ich sehe, hast du Todessehnsucht. Mein Schmerz geht vorüber. Mein Leiden nicht. Vor langer Zeit trafen wir als Feinde aufeinander. Wir sind so weit gekommen. Die Schnellfeuerrache gehört mir. Bis zur letzten Kugel. Und wieder muss ich Ressourcen finden. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich muss versuchen, diesen Dr. Monty zu finden. Er scheint dieses seltsame Reich zumindest in Teilen zu verstehen. Ich werde diese Unverschämtheit nicht dulden. Ich fürchte, die Seelen der Verdammten suchen diesen Ort noch ein. Sie sind hier gefangen. Du hast nur wenig ausgeliefert, Kreatur. Ihr Blut wird fließen. Unser Wohlstand sprießen. 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 Der Tag der Abbrechung ist wahrhaft gekommen. Die Flammen werden euch nicht hinfortragen. Sie werden euch als Asche zurücklassen. Unsere Meister können nicht zulassen, dass ihr euren Beet fortsetzt. Du bewegst dich wie ein Vogel mit der Eleganz einer fetten Taube. Warum bist du so irritierend? Jetzt werden meine Parasiten euch erzielen. Die Flammen sind die Flammen. Ich bin kein Knochen, den man abnageln oder zerbrechen kann. Meine Entschelossenheit kann ohne Kugeln nicht ewig halten. Und selbst wenn nicht, sollte es mehr als klar sein, dass die Dinge hier völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also so wie immer, nehme ich an. Jedenfalls habe ich eine heiße Debatte mit dem alten Schattenmann und seinen Apotikon-Kumpels. Und das macht es schwer, diese Realität stabil zu halten. Ernsthaft? Seht sie euch an? Sie wird praktisch mit Klebeband und Schnur zusammengehalten. So viel aus unserer Vergangenheit ist zurückgekehrt. Doch was ist mit unserer Zukunft? So viel aus unserer Vergangenheit ist zurückgekehrt. So viel zu tun! Jede Hilfe, ganz gleich wie vergebend sie ist, ist immer willkommen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Ort erkenne. Sollte ich? Wir leiden an Ende, so wie das unsere schon meint. Wir sollten diesen Moment des Glücks auskosten. Diese Kreatur hat weder innere noch äußere Schönheit. Unsere Maschine wurde vielleicht vom Bösen verschwinden, aber wir werden sie befreien. Leistet ihr immer so gute Arbeit? Wir sind vereint gegen das Böseste, dem wir eh begegnet sind. Ich bete, dass unser Bündnis halten wird. Um es zu laden, beschleunigt nur euren Untergang. Wie ihr wollt. Ich werde verfolgen von den vielen Seelen, die in diesem Moment die Indiolitten haben. Keine Dimension wird es wagen, eure Seelen aufzunehmen, wenn ich fertig bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier gibt es noch außerhalb des ZDF für funk, die in diesem Moment, die in der Shakur von Newspalt zu灰aden. Vielen Dank.